Das maßgeschneiderte Netzwerk für Ihre individuellen Anforderungen. Crystal verfügt über das IT-Know-how zur Erstellung Ihrer passgenauen und leistungsstarken Local und Wide Area Networks. Kosteneffizient, zukunftssicher und für Sie transparent. Besonders für kleine und mittelständische Betriebe setzt Crystal auf Effektivität bei hoher Kosteneffizienz. Die LANs und WANs werden exakt auf Ihre Anforderungen designt. Crystal Netzwerke sind sicher und hoch verfügbar. Es gibt keine Totalausfälle. Von der Konzeption über die Implementation bis hin zu Operational Management und Support Ihres Netzwerkes. Nutzen Sie die Vorteile von Crystal Networks auch für Ihren Betrieb. Ihr Netzwerk ist flexibel und einfach anpassbar und kann mit Ihrem Unternehmen wachsen. Sparen Sie hohe IT-Kosten und arbeiten Sie daten- und zukunftssicher. Crystal – The Experts for Networks